Ab 2028 soll man mit dem Zug in 2 Stunden und 40 Minuten von Wien bis nach Klagenfurt fahren. Damit das möglich ist, wird derzeit an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark der Semmering-Tunnel gegraben. Zwischen der Gemeinde Glocknitz und der Gemeinde Milzzuschlag entstehen zwei Tunnelröhren, die jeweils knapp 27 Kilometer lang sind und die die historische Semmeringbahn, welche derzeit über das Semmering-Gebirge führt, ablösen sollen. Neben den ganzen positiven Aspekten ist der Semmering-Tunnel in der Vergangenheit aber auch durch einige negative Schlagzeilen aufgefallen, wie zum Beispiel dem riesigen Grat in einem Waldstück, die Trübung eines Flusswassers oder auch der Millionenbetrug, bei dem bei einer Baustelle Diesel und andere Baumaterialien abgezweigt wurden. Mich hat es dann selbst sehr interessiert, ob die ganze Kritik am Semmering-Tunnel überhaupt gerechtfertigt ist und was überhaupt hinter diesem ganzen Projekt steht. Und tatsächlich bin ich dann bei meiner Recherche auf einige Dinge gestoßen, die sehr, sehr interessant sind. Doch bevor ich nun näher darauf eingehe, wie man den Semmering-Tunnel herstellt, sollten wir uns zunächst einmal ansehen, warum man sich denn überhaupt dazu entschlossen hat, den Semmering-Tunnel zu bauen. Das Gebirge rund um den Semmering, genauer gesagt der Semmering-Pass, bildet die natürliche Grenze zwischen dem Bundesland Niederösterreich und dem Bundesland Steiermark. Um dieses Gebirge auch mit dem Zug zu überwinden, wurde bereits 1854 die Semmeringbahn eröffnet. Sie ermöglicht den Zügen bis heute, das Semmering-Gebirge zwischen Glocknitz und Mürtz-Zuschlag zu überqueren. Geplant wurde die Semmeringbahn übrigens von Karl von Gäger. Merkt euch diesen Namen, er wird beim Semmering-Basis-Tunnel noch eine wichtige Rolle spielen, aber dazu komme ich ein wenig später in diesem Video. Anfangs war die Strecke der Semmeringbahn nur für den Personenverkehr vorgesehen, kurze Zeit nach der Eröffnung hat man sich dann aber dazu entschlossen, auch den Güterverkehr über die Strecke zu schicken. Das hatte dann zur Folge, dass die zahlreichen Viadukte, über die die Semmeringbahn führt, überbeansprucht waren und seitdem somit auch jedes Jahr hohe Instandhaltungskosten anfallen, damit die Strecke überhaupt befahrbar bleibt. Ein weiterer Nachteil der Semmeringbahn ist die lange Fahrzeit. Derzeit benötigt ein Zug, um von Glocknitz nach Mürtz-Zuschlag zu kommen, knapp 45 Minuten. Dazu kommt, dass die Strecke sehr enge Kurvenradien hat, so dass die Züge auch nur mit einer sehr geringen Geschwindigkeit über die Semmeringbahn fahren können. Aber nicht nur das, der enge Kurvenradius bedeutet auch einen höheren Verschleiß der Schienen, so dass die Erhaltungskosten für die Semmeringbahn deutlich höher sind als für herkömmliche Eisenbahnstrecken. Aus all diesen genannten Gründen hat man auch schon bereits um 1980 die unterschiedlichsten Varianten für den Basistunnel und den Semmeringpass entwickelt. Und man hat dabei auch schon einige unterschiedliche Trassenführungen ausgearbeitet. Unter anderem gab es Vorschläge für eine Trassenführung über das Breiner Gscheit nördlich der Semmeringbahn, aber es gab auch noch andere Vorschläge, wie z.B. eine Streckenführung über die Ochner Höhe oder auch eine Streckenführung südlich der Semmeringbahn. Schlussendlich hat man sich dann für die Trasse Pfaffensattel entschieden. Wie man hier gut erkennen kann, ist es zwar nicht die kürzeste Streckenführung, aber es haben dann doch einige Argumente für diese Trassenführung gesprochen. Unter anderem ist ein Grund, dass die Trasse Pfaffensattel durch geologisch günstige Bereiche führt. Hier geht es vor allem um sogenannte Störzonen. Störzonen sind Bereiche in einem Gebirge, die eine geringere Festigkeit aufweisen. Das bedeutet grundsätzlich, dass der Vortrieb für den Tunnel einfacher ist. Aber auf der anderen Seite ist die Gefahr viel größer, dass die Tunnel einstürzen und das hätte dann zur Folge, dass sich die Bauzeit natürlich deutlich verlängert und dass auch viel höhere Kosten entstehen. Und das möchte man beim Semmering-Tunnel natürlich tunnlichst vermeiden und hat dann versucht die Strecke so zu wählen, dass man möglichst wenige Störzonen trifft. Die Baubewilligung für die Trasse Pfaffensattel wurde dann im Jahr 2011 verteilt. Knapp ein Jahr später, 2012, hat man dann mit dem Bau des Tunnels begonnen. Jetzt wissen wir schon, warum der Semmering-Tunnel gebaut wird. Nun möchte ich im Detail darauf eingehen, wie denn der Tunnel überhaupt hergestellt wird und welche Herausforderung das Gebirge rund um den Semmering beim Bau des Tunnels mit sich bringt. Um die beiden Tunnelröhren herzustellen, hat man das gesamte Tunnelbauwerk in drei Teile unterteilt. Den Tunnelabschnitt Glocknitz, den Tunnelabschnitt Fröschnitzgraben und den Tunnelabschnitt Grautschenhof. Da der Tunnel mit seinen knapp 27 Kilometern Länge verhältnismäßig auch sehr lang ist, beginnt man nicht nur, wie normalerweise bei den Portalen mit dem Vortriebsarbeiten, sondern man hat zusätzlich zu den Portalen entlang der Strecke sogenannte Zwischenangriffe errichtet. Die Zwischenangriffe dienen dazu, den Tunnel von mehreren Punkten aus errichten zu können, um so auch die Bauzeit zu verkürzen. Die Zwischenangriffe, von welchen ebenfalls der Tunnelvortrieb erfolgt, befinden sich in Göstritz, Fröschnitzgraben und am Grautschenhof in Spital am Semmering. Das Besondere an den Zwischenangriffen ist, dass das für sich alleine schon extrem komplexe Bauwerke sind. Beim Zwischenangriff in Göstritz zum Beispiel musste man zunächst einmal einen 1.100 Meter langen Zugangstunnel errichten. Von dem aus wurden dann noch zwei Schächte hergestellt mit knapp 250 Metern Tiefe. Und das alles nur, um dann später einmal zu den zwei Tunnelröhren zu gelangen. Über die Zwischenangriffe werden dann auch alle Materialien und Maschinen in den Tunnel befördert, beziehungsweise wird auch das angefallene Tunnelausbruchsmaterial über die Zwischenangriffe wieder aus dem Berg heraus befördert und an der Oberfläche dann abtransportiert und deponiert. Dazu kommt, dass bei den Zwischenangriffen und bei den Portalen mobile Betonmischanlagen aufgestellt wurden, die dafür sorgen, dass der benötigte Beton direkt vor Ort gemischt werden kann und dann direkt für den Tunnelbau verwendet werden kann. Und wenn der Tunnel dann einmal fertiggestellt ist, dann werden die Zwischenangriffe nicht einfach so stehen gelassen, sondern die werden dann wieder verfüllt und auch die Baustellen bei den Portalen der Zwischenangriffe werden wieder rückgebaut und rekultiviert. Um nun die beiden Tunnelröhren für den Semmering-Tunnel herzustellen, werden grundsätzlich zwei Vortriebsarten eingesetzt. Und wie diese beiden Vortriebsarten funktionieren, das möchte ich mir jetzt mit euch anhand eines kleinen Modells ansehen. Ich habe hier ein kleines Modell vorbereitet. Wir kennen vereinfacht die beiden Tunnelröhren des Semmering-Tunnels, die, wie ich schon erwähnt habe, auf zwei unterschiedliche Arten hergestellt werden. Das hängt immer ganz davon ab, wie die Beschaffenheit des Gesteins in dem jeweiligen Abschnitt ist. Auf der einen Seite gibt es den sogenannten kontinuierlichen Vortrieb. Das ist jener Vortrieb, der mit der Tunnelbohrmaschine erfolgt. Das erkennen wir hier mit TBM beschriftet. Die Tunnelbohrmaschine hat vorne einen sogenannten Bohrkopf, an dem Rollmeißeln befestigt sind. Die graben sich in einem kontinuierlichen Arbeitsschritt durch das Gebirge. Und im Windschatten der Tunnelbohrmaschine erfolgt dann die Auskleidung des Tunnels mit sogenannten Betonfertigteilen, die auch Tübinger genannt werden. Das Ausbruchsmaterial, das anfällt, wird dann über das Innere der Tunnelbohrmaschine bis an die Oberfläche bei den Zwischenangriffen oder bei den Portalen befördert. Der Einsatz einer Tunnelbohrmaschine eignet sich nur bei sehr festen und sehr homogenen Gesteinen. Beim Semmering-Tunnel ist das unter anderem zwischen Fröschnitzgraben und Glocknitz der Fall. Dort werden zwei Tunnelbohrmaschinen eingesetzt. Die beiden Tunnelbohrmaschinen haben einen Durchmesser von ca. 10 Metern und eine Länge von knapp 130 Metern. Und hier komme ich auch nochmal auf den Namen Karl von Gäger zurück, den Planer der historischen Semmering-Bahn. Denn passend zu der Semmering-Bahn wurden die beiden Tunnelbohrmaschinen mit Karl und mit Gäger getauft. Erst kürzlich sind Karl und Gäger mit den Vortriebsarbeiten zwischen Göstritz und Glocknitz fertig geworden. Der Rest des Tunnels wird nur noch mit dem zyklischen Vortrieb hergestellt. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Vortriebsart und zwar zum sogenannten zyklischen Vortrieb. Beim zyklischen Vortrieb erfolgt die Herstellung der Tunnelröhre abschnittsweise. Das bedeutet, dass der Tunnel in mehreren Abschnitten hergestellt wird. Ein Abschnitt besteht dabei grundsätzlich aus drei Arbeitsschritten, dem Ausbrechen. Das bedeutet, dass mit einem Bagger oder mit Sprengung ein Abschnitt des Tunnels abgebaut wird. Anschließend erfolgt der zweite Schritt das sogenannte Sichern. Das heißt, wenn das Gestein abgebrochen wurde, dann beginnt die Sicherung mit Bewährung und mit Spritzbeton, sodass die Tunnelschale hergestellt wird. Und nachdem die Tunnelschale gesichert und hergestellt ist, erfolgt dann der Abtransport des Ausbruchsmaterials mit LKWs oder mit Förderbändern bis an die Oberfläche. Diese Methode wird vor allem dort eingesetzt, wo das Gestein im Gebirge sehr unterschiedlich ist und wo man sehr flexibel agieren muss. Das war das Wichtigste zu den beiden Vortriebsarten bei den Tunnelröhren. Nun ist es so, dass neben den Tunnelröhren auch noch weitere Bauwerke für den Tunnel zu errichten sind. Unter anderem sind sogenannte Querschläge herzustellen. Querschläge sind Bauwerke, die die beiden Tunnelröhren verbinden. Im Schnitt gibt es beim Samaring Tunnel alle 500 Meter einen Querschlag. Der Querschlag ist dafür da, dass wenn es zu einer Notsituation in einer Tunnelröhre kommt, dass man dann immer noch einen Fluchtweg in die andere Tunnelröhre hat, um sich in Sicherheit zu bringen. Gut 80% des Tunnels sind bereits fertig. Bis aber der erste Zug durch den Samaring Tunnel fahren kann, wird es noch ein wenig dauern. Denn nachdem jetzt einmal der Rohbau dann fertiggestellt wird, muss dann noch die ganze Ausrüstung für den Zugverkehr folgen. Das heißt, da werden dann unter anderem Stromkabel, die feste Fahrbahn oder auch die Schienen eingebaut. Nach derzeitigem Stand wird der Samaring Tunnel 2028 fertiggestellt. Bis dahin werden die Züge noch weiter über die historische Samaringbahn fahren müssen. Wie ich schon zu Beginn meines Videos erwähnt habe, gibt es bei so einem riesigen Projekt für den Samaring Tunnel nicht nur Freunde. Auf der einen Seite bedeutet der Bau des Tunnels auch einen Eingriff in unsere Natur. Und ich kann es sehr gut verstehen, dass viele Bewohner, die vor Ort von der Baustelle betroffen sind, auch gerne auf das Projekt verzichten könnten. Meine persönliche Meinung ist, dass der Samaring Tunnel ein sehr wichtiges Projekt für Österreich ist. Ich finde aber auch, dass vor allem in der Bauphase das Projekt gewisse Beeinträchtigungen für die Bevölkerung vor Ort mit sich bringt, die es einfach zu berücksichtigen gilt. Mein Eindruck ist aber auch, dass die ÖBB, die das Projekt umsetzen, wirklich alles versuchen, dass das Projekt so transparent wie möglich durchgeführt wird. Und dass wirklich versucht wird, so viele Informationen wie möglich öffentlich zu machen, damit sich jeder selbst ein Bild machen kann. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass bei den Portalen in Glocknitz und auch in Wirtz-Zuschlag eigene Infoboxen errichtet wurden, wo man nochmal sehr viele Informationen über das Projekt bekommen kann. Und auch im Internet sind einige Unterlagen öffentlich zugänglich, wie zum Beispiel Betriebsbewilligungen, Einrechenunterlagen oder auch Genehmigungsbescheide. Das zeigt, finde ich, dass zumindest probiert wird, alles so transparent wie möglich zu gestalten und dass nicht versucht wird, irgendetwas zu verheimlichen. Jetzt würde mich noch eure Meinung zum Projekt interessieren. Findet ihr, dass der Samaring Tunnel ein sinnvolles Projekt für die Zukunft ist? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Dann bedanke ich mich, dass ihr bis zum Ende des Videos drangeblieben seid. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr Lust habt, dass ich noch weitere Videos über interessante Baustellen drehe. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute!